Oh, ein Trottel. Was denn? Ich bin durch Metall gelogen. Ich habe nichts gehört. Okay. Hier unten in der Kuh. Das war wahrscheinlich Sendepause dann. Ja. Andere. Sound. Ebene. Warte mal, hier vorne leuchtet was. Hast du das Licht gesehen? Ja, ich sehe das auch. Was ist denn das? Das ist vielleicht ein Schatten. Da sitzt einer drinnen und leuchtet. Hier in den weißen Container, weißt du? Da gehst du auch mal gerne rein. Guck mal. Ich gucke mal hier in die Hütte. Hier ist nichts. Hier läuft noch was drinnen rum, Benji. Echt? Ja. Wo? Oben. 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 Ich bin gegenüber und. Gut, ich gucke mal rein. Warte, Granate. Okay. Okay. Oh, ich muss mich fliegen. Die war daneben. Füll dich daneben. Auf. Der rennt oben lang. Wo bist du hingehen? Ich bin hier in der Küche drinnen. Du isst erstmal was, oder? Ich mache mir mal einen Penkeler drauf. Achso. Ich geh mal raus. Ja? Warte, ich muss mal meinen Penkeler drauf. Okay. Du sagst Bescheid, wenn du... Okay. Wenn ich... Er läuft auf Holz. Er läuft auf Holz? Mhm. Okay. Du kannst ja dann hinten ein bisschen so an der Metalltreppe klappern. Ich bin an der Metalltreppe. Ich klappe auch oben. Okay, ich hör's. Der ist genau hinter der Wand hier. Laufen wir ein bisschen hoch und runter? Das rennt doch. Der ist da, wo das Labor ist, ja? Mach die Tür auf. Der sitzt in der kleinen Fressbude drinnen. Er hat die Tür zugemacht. Er hat nachgeladen. Okay. Eins zu dir runter. Minus, Minus, Minus. Super. Geil. Gutes Vorgehen. Geile Aktion, Mensch. Geile. Ah, hier ist noch einer. Scheiße, man ist weh. Mist, du bist tot. Ja. Nein. Alter, ich war mir jetzt nicht sicher. Scheiße, da hätten wir erst... Ich hatte... So ein Scheiß. Wir haben uns schon wieder an Sicherheit gewogen. Gewiebt. Ja, das war... Das war nicht so schlau. Schießt mit HP, Alter. Level 9 sogar, hatte ich umgelegt. Äh, nee. Der nicht. Hat uns da unten einen Zaum gehalten, Alter. Aber irgendwann hab ich nicht... Ach, der Herr genauer ist da. Aber ansonsten war das ganz gutes Vorgehen. Ja, top. Man hätte bloß erstmal noch alles sichern sollen. Mhm. Das stimmt. Mist, da liegt der Bratsche breit. Ah ja. Lass ich ihm mal euer Zeugs. HP-Munition haben sie geschossen, Benji. Das ist gut, aber mit BT. Oh, was? Mist, jetzt hab ich den Wester weggeschmissen. BT hat mich irgendwas getroffen. Aha. Das waren Gesundheitsfanatiker. Sie haben hier lauter Scheibenkäse und den ganzen Kram drinnen. Nein. Ey, so zimperlich. Es sind immer die anderen. Ey, du. Lulli. Du Lulli. Leute, komm, wenn wir schon hier sind, können wir eigentlich direkt in die Dorms reingehen und mal richtig fett, richtig schön einen Tampon in die Rosette schieben, oder? Ey, Allo. Der Matze kriegt seit zwei, dass wenn er blutet, das nicht so schlimm ist. Entschuldigung. Wo ist denn hier der Zivildienstleister schon wieder hin? Ach, da rennt er vorne schon. Ey, ich bin am Hexenhügel und hab den Skeff gerade in den Dorms schon reden. Ach, das bist du? Ich dachte, das war, ich dachte, das war ja Samurai. Das ist sein Schicksal, Walli, Walli. Ich bin hinter dir. Ich mach mir mal deinen Hintern an. Wenn ich eine Frau habe, dann möchte ich auch was davon haben. Danke, Dr. Evil, für dein Prime-Abo. Krass. Dankeschön. Danke, danke. War aber nicht nötig, hättest du mich machen müssen. Sind keine Bosse. Das reicht. Es ist schön, wenn jemand da ist. Bist du schon drin? Das bist du? Nee, ich bin noch draußen. Hab ich gerade einen von euch angeschossen? Ich bin draußen. Schieß alles. Ich komm hin. Okay, da ist ein bisschen dicker drin, ne? Ich bin Bart. Ich komm hier hinten rein. Wo bist du, Marc? Wo bist du? Ich bin im Bart. Ich bin einfach, wenn du Treppe hochkommst, gleich rechts. Mittleres Stockwerk. Die Typen sind... Ja, ich bin rechts jetzt. Die Typen sind geradeaus. Achtung. Nein, hab ich. Achtung, ich krosse. Ist noch jemand draußen? Ich komm rein. Ich komm rein. Okay, das bist du. Das war ich hier hinten. Ah, okay. Alles klar. Ich mach Tür zu. Irgendwas ist noch bei mir auf der Treppe. Mittleres Stockwerk. Das bin ich. Nicht schießen. Du bist rechts, wenn wir hochkommen. Irgendwas ist... Ist einer von euch auf der Treppe? Wir sind auf der Treppe jetzt, ja? Da ist noch irgendwas. Ich hab die ganze Zeit was auf der Treppe gehört. Da wart ihr noch nicht oben. Okay, dann geh ich raus. Und versuch ihn vom Treppe aus zu... Es ist möglich, dass er zwischen zweiter und dritter Stock ist. Ja, da klippt sich irgendwo einer. Sag mal, wo sind die denn? Warum hör ich die denn so gut? Ich hör die halt nicht. Kommt einer von euch Treppe? Ja. Ja, ja, das bin ich. Metalltreppe, meine ich? Samurai, ja. Ja, ja, das bin ich. Ja, 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 okay, okay, ich bin links. Ach, geht's hier. Das bin ich, ich bin ich, ich bin ich. Scheiße. Sorry, sorry, sorry. Mein Fehler. Habt ihr euch umgelegt? Ja, ich hab nicht. Alter, ich hab sowas von gut gecallt, ne? Du bist treffig, ich bin links. Ja, ja, hast recht. Komplett war mein Fail. Erstmal reporten. Absolut mein Fail. Ich komm hinten andere Metalltreppe hoch. Ich dachte jetzt echt ganz gut, dass es doch jemand anders war. Wir einfach... Scheißkombinationen hatten. Ich bin hinten an der anderen Treppe. Okay. Der ist hier an der Treppe. In der Mitte oder was? Irgendwo in der Mitte im Treppenhaus ist irgendeiner. Ich weiß auch nicht wo, der hat sich geklippt. Ja? Und wenn der sich klippt, bin ich total komisch. Du kannst ihn von hinten schießen. Na gut, ihr recht, dass ich gestorben bin, weil... Nein, das ist alles in Ordnung. Oh Mann, ey, Alter. Aber ich hab dir echt einen Hitter gegeben, ne? Direkt. Lebst du noch, Samurai? Nein, hab ich ja gesagt. Achso. Ich hab ihn gehittet, aber den kannst du von hinten jetzt angreifen. Oh, Wadi, tut mir leid. Ich hab kein Humor. Das war... Was ist gekaut? Ich weiß es. Ich nehm's mit Humor. Ich nehm heute alles mit Humor. Danke, Dr. Evil. Dankeschön. Dr. Evil, da musste man bei mir kommen. Abgehoben. Warte mal. Unfreundlich. Kein Humor. Der schießt kein guter Mann. Ich hab ihn. Sehr gut. Boah, Alter, es hat gejammt. Hast du das Schwein gehabt? Sei aber vorsichtig. Es sind mehrere gewesen. Ich weiß ja, wie viele davon dann tot sind, ne? Schön. Ich hab's grad gesehen auch im Stream. Tü. Ficker. Richtig übler Typ. Richtig übler Ficker. Matze. Ja. Sehr gut, Matze. Ne, also pass auf. Weil du was das Problem war, als du gecallt hast, hab ich's gehört. Aber ich hab gleichzeitig auch noch den Skip gehört. Und gleichzeitig so... Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ja. Boah, Mann. Da war ich einfach wirft. Samurai, quatsch doch mal nicht. Wenn ich im Fall bin. Bin an dem Zelt. Da, am Büro. Ich hoffe es. Ups. Hast du ihn? Glaube schon. Jo. Pass auf, nicht, dass da noch ein zweiter ist. Ich hock bei dem, ne? Okay. Achso, hab ich schon. Fünf. Jetzt einer kommt, bin ich tot. Mause tot. Hier vorne rechts ist auch irgendwas hier. Irgendwo hier hinter ist was. Achso. Dreht sich ins Keff, oder? Ich bin auf der anderen Seite, Matze, ne? Hm, komm mal. Du kommst aber nicht durch den Keller, ne? Nee. Ich bin oben. Ich geh gerade, ich geh gerade mich im Keller. Irgendwo ist das Keff, der sich die Elemente... Ja, da ist er. Boah, ich bin tot. Nein. Wo war er, Klaus? Wenn du auf der anderen Seite bist, wenn du im Keller reingehst, sofort links Tagila. Wie dumme Sau. Achso, du bist durch die Tür gerannt. Ja, ja. Tagila ist unten im Keller. Hey, wie kann ich denn das Magazin checken? Ah, ich vergesse es jedes Mal. PS-Munition. Tagila ist im Keller. Bist du die Metalltreppe runtergelaufen? Nein. Durch die Tür durch. Ah, und dann links runter an der Schräge, an der Rampe. Ja, genau. Und dann ist er direkt links unten in der Ecke. Wenn du sofort runter gehst, links. Also der hat, äh, merkt noch einen Bugshot, ne? Mama! Ja, 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 ja. Also, Lecko mio. Ich habe ein Blatt gemacht. Geil. Nein. Danke.